Sie glauben nicht an den Osterhasen? Na, dann lassen Sie uns doch gemeinsam suchen. Ich sehe nichts. Da ist er. Ich habe mich nicht gehört. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie sich an Ostern wirklich freuen können. Dramatisch, nachdenklich, heiter, super lustig. Das Feinste vom Feinsten. Ich bin sprachlos. Möge dieser Zustand recht lange anhalten, wenige Frau. Das Festival des Heimatfilms. Ich bin zum ersten Mal glücklich. Ich heiße Sie herzlich willkommen auf Himmel hoch. Wie jetzt habe ich geglaubt, dass nur Hasen mit offenen Augen schlafen können. Vom 2. bis 5. April ab 6 Uhr. Himmlisch. Uhr auf Heimatkanal.